Namaste, Namaske, Saliminand, herzlich willkommen beim Kaimi Report auf YouTube, gerade in diesem Falle aber auch auf Rumble. Wir haben heute auch ein Video auf Rumble gestellt über die politische Staatsverhöhnung. Und schön, wenn ihr auch dort ein Abo machen würdet, das würde uns ausgesprochen freuen. Noch etwas anderes in eigener Sache, ein Hinweis, es sind noch 30 Tage bis zu unserer Cabaret-Aufführung im Ochsen in Rapperswil bei Bern. Und ich sage darum, weil dann eben heute Abend die 30-Tage-Frist abläuft für ein deutlich vergünstigtes Ticket oder mehrere, ein sogenanntes Early-Bird-Ticket. Das wäre doch schade und darum bringe ich das nochmals. Wir wollen ja fairen Sport. Tickets gibt es bei info at männerpraxis.ca. Es gibt natürlich auch nachher noch Tickets, das ist klar, und eine Abendkasse. Aber es ist dann ein bisschen teurer bei gleicher Sitzplatzqualität. Alle Spielorte und Daten unter megaschweizer.ch. Ja, heute haben wir ein bisschen den Staatstag, eben auf Rumble, Staatsverhöhnung. Wir fragen aber auch Quo Vadis Justitia. Ist sie wirklich noch auf beiden Augen blind? Und wenn man so sieht, was der Staat juristisch anstellt, dann muss man sich ernsthaft fragen. Zum Beispiel Nancy Faeser, die deutsche Bundesinnenministerin. Wir bekämpfen den Rechtsextremismus ganzheitlich und frühzeitig mit Prävention und Härte. Was sie darunter versteht, werden wir gleich sehen. Philosophia Perenis fragt sogar schutzhaft für mündige Bürger. Und da ist ja diese unsägliche Klassenzimmerverhaftung vorzuweisen. Mitten in der Unterrichtsstunde wird die Schülerin Loretta vom Direktor des Richard-Vosidio-Gymnasiums zu Riebnitz-Dammgarten aus dem Unterricht geholt und von drei bewaffneten Polizisten ins Lehrerzimmer abgeführt. Nach Angaben der Mutter werfen die Beamten der 16-Jährigen vor, ein AfD-freundliches Schlumpf, nicht Schimpf, sondern Schlumpf-Video und das Bekenntnis zu Deutschland als Heimat gepostet zu haben. Die Polizei hingegen wird später behaupten, der eigentliche Anlass sei das Tragen von Kleidern mit verfassungsfeindlichen Symbolen gewesen. Dabei bezieht sie sich, also die Polizei, offenbar auf die unter Jugendlichen weit verbreitete Marke Heli Hansen mit ihrem Logo H.H. Doch die Frage ist, sind blaue Schlümpfe das Bekenntnis zu Heimat und das Tragen von Markenkleidung mit einer Buchstabenfolge H.H., die sich auch auf zahlreichen deutschen Autokennzeichnen findet, nämlich alle die, die aus der Hansestadt Hamburg kommen, wirklich strafrechtlich relevant. Also ich finde, so eine Autonummer, das geht eigentlich gar nicht. Stellen Sie die sexuelle Selbstbestimmung anderer Menschen in Frage. Gefährden Sie womöglich die Existenz der Bundesrepublik Deutschland oder bedrohen gar Menschenleben. Stattdessen drängt sich der Verdacht auf, dass der Begriff Schutz unter dem Vorwand der Fürsorge in sein Gegenteil verkehrt wurde. Eine derartige Pervertierung von Begriffen ist nicht selten Ausdruck aggressiver Übergriffigkeit. In der Mafia ist der Abend, denn der Stärkere Schützen auf die Schulter des Schwächeren legt weniger ein Zeichen von Freundschaft als von Dominanz und Unterwerfung. Ebenso dienst Schutzgeld als euphemistische Umschreibung für erpresste Zwangsabgaben. Im Zeitalter des höfischen Absolutismus war der Schutzjude auf Gedeih und Verderb von der Gnade des Fürsten abhängig. Entfiel sie, konnte dies wie im Fall des Josef Süss Oppenheimer sogar tödliche Folgen zeitigen. Das Deutsche Kaiserreich bezeichnete seine Kolonien als Schutzgebiete. Das sogenannte Dritte Reich, die besetzte Tschechei, als Protektorat, was ja auch Schutz bedeutet, Protektieren, Böhmen, Meeren. Am 28. Februar 1933, nur einen Monat nach ihrer Machtübernahme, erliessen die Nazis die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Politische Gegner konnten ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden. Um den repressiven Charakter dieser Vorgehensweise zu kaschieren, wurde die Schutzhaft bisweile zu einer Sicherheitsmassnahme umgedeutet, die den Staatsfeind vor dem gerechten Volkszorn bewahren sollte. Im Rahmen dieser Umdeutung erweist sich auch der wohlgemeinte Rat der Polizei. Ihr wisst, Ratschläge sind auch Schläge. Loretta möge sich nicht mehr regierungskritisch äussern als eine Warnung. Ja, gar eine versteckte Drohung. Ein übergriffiger Staat gibt einem Teenager eher vorsorglich als fürsorglich zu verstehen, dass er sich in Gefahr begebe, wenn er sich nicht systemkonform verhalte. Da muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, war ja nicht auch das Abstimmungs- oder das Wahlalter 16 zur Diskussion? Das ist jetzt abgeschmettert worden, aber wenn dieses Mädchen 16 ist und sich über Schlümpfe und Bekenntnis zur Heimat nicht mehr dergestalt regierungskritisch äussern darf, was soll dann ein Wahlalter ab 16 überhaupt noch sein? Nun fahren wir fort, liebe Freunde. Die Androhung solcher Konsequenzen liegt ganz auf der Linie der Innenmissi. Die, wenngleich die sonst doch so gut informierte Nancy Faeser vorgibt, von dem Einzelfall in Ribnitz-Dammgarten nichts zu wissen. Schon ist die Pressewahl voll. Grundsätzlich vertritt sie, Nancy Faeser, aber die Meinung, wer die Regierung kritisiert, delegitimiert den Staat. Und es verhöhnt sogar den Staat, wer Politiker nicht mehr ernst nimmt. In beiden Fällen soll der Bürger es künftig mit einem starken Staat zu tun bekommen. Auch hier stellt sich die Frage, wer verhöhnt eigentlich wen? Oder verhöhnen die Politiker nicht auch die Bürger, wenn sie sie nicht ernst nehmen? Und da hat man, weiss Gott, ob Kanzlergespräch oder Entscheidungen oder sonstige Reden, nicht den Eindruck, dass die Politiker die Bürger, ihre Wähler ernster nehmen als die Bürger den Staat. Nun, auch in Anbetracht von solchen Thomas Haltenwange, Bundesamt für Verfassungsschutzchef, der ja eigentlich nichts anderes macht, als permanent die AfD anzugreifen und für rechtsextrem zu erklären, in Anbetracht, dass solche schauderhaften Prozesse in Anführungs- und Schlusszeichen laufen, noch am Laufen sind. Jetzt sind es am 11. April fünf Jahre, dass dieser Mann, Julian Assange, in Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, London sitzt, in Anbetracht, dass Michael Ballweg neun Monate in Untersuchungshaft sass, ohne irgendetwas am Schluss vorgeworfen und konkretisiert bekommen zu haben. Dann erinnern wir uns an diesen Reichstagsturm durch diesen gefährlichen Prinz Reuss, schwer bewaffnet mit seiner Rollator-Gang. Da stand die Bundesrepublik Deutschland total vor einem Umsturz, ähnlich der Oktoberrevolution im 20. Jahrhundert in der Sowjetunion. Übrigens, da sitzen immer noch Menschen von diesen alten Menschen seit 15 Monaten in irgendeiner U-Haft. Und U-Haft ist nicht lustig. Da hat es noch viel mehr Einschränkungen. Immer wieder erstaunlich, dass auch Arzt von Ärzten für Aufklärung und Buchautor und Publizist Heiko Schöning immer wieder abgeführt wird. Der Höhepunkt war ja im Hyde Park, im Speakers Corner ausgerechnet, dem Tempel der Redefreiheit von der Bühne weg verhaftet. Erstaunlich auch immer wieder, dass Martin Sellner, der nicht wegen Gewaltdelikten oder sonst kriminellen Delikten in irgendeiner Weise vorbestraft ist, massiv gehindert wird, a. am Einreisen, b. an Meinungsäusserungen, dem der Strom und Licht abgestellt wird, mitten in einem Vortrag, der mehr oder weniger privat organisiert. Und auch erstaunlich, dass wenn zwei eben dasselbe tun, nämlich dasselbe sagen, und zwar von einer deutlich höheren Rückschaffungsquote bei kriminellen Bewerbern für Asyl, wenn zwei das Gleiche sagen, passiert total anderes. Weil genau das, was Sellner z.B. in dieser Potsdamer Villa gesagt hat, in einer privaten Veranstaltung, das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz in aller Öffentlichkeit und Deutlichkeit zu zitiert von niemandem Geringerem als dem Spiegel. Er sagt, Zitat, wir müssen endlich im grossen Stil abschieben. Ja, solche, wie nennen wir das, mehr als Ungereimtheiten bedrohliche Szenarien in der Rechtsprechung, vor allem in der Vorstellung der Exekutive wie bei der Bundesinnenmissi, das kann natürlich Konsequenzen haben. Und da wollen wir ein bisschen drauf werfen. Ich denke, es lohnt sich da, diesen juristischen Ausflug zu machen. Ich hoffe, ihr bleibt noch einen Moment bei uns dabei. Und es geht ein bisschen um die Strafverfolgung nach politischem Guster. Deutschland, internationaler Haftbefehl von Deutschland, wird kaum anerkannt, weil eben die deutsche Justiz, die Staatsanwaltschaft, unter einer Weisungspflicht vom Justizminister leidet, muss man fast sagen. Nun gehen wir zurück ins Jahr 1748 und nach Genève, an den Lac Le Mans. Da war ein Mensch namens Charles de Secondin, Baron de la Brête, besser bekannt unter dem Namen Baron de Montesquieu oder ganz einfach Montesquieu. Er hat ein Chate-Oeuvre, also ein Meisterwerk, kann man sagen, geschaffen. De l'Esprit de Loire, vom Geist, von der Seele der Gesetze. Er hat 14 Jahre seines Lebens in dieses Werk hineingesteckt. Es wurde zuerst unter einem Pseudonym publiziert, wegen, Achtung, Zensur. Also das ist vielleicht ein schwacher Trost, aber Zensur ist nichts Neues vom 21. postkoronaren Zeitalter, sondern das gab es schon vorher. Was hat er gemacht? Er hat eigentlich nichts anderes als die Staatsgewaltentrennung beschrieben, die Legislative, die Gesetzgebung ausgehend von den Parlamenten, dann die Exekutive, die vollziehende Gewalt durch Regierung und ihre Verwaltungschefbeamten und die Judikative, die Rechtsprechung, die eigentlich völlig unabhängig von der Exekutive sein sollte und das umsetzen muss, was die Legislative, die Gesetzgebung eben beschlossen hat, unter Umständen mit einem Referendum abgesegnet oder sogar ein Gesetz auf eine Volksinitiative eingeführt. Nun, wenn das so nicht ist, das kann ins Auge gehen. Die deutsche Staatsanwaltschaft, meine Damen und Herren, ist nicht unabhängig von der Politik und entspricht nicht den europäischen Vorstellungen einer rechtsstaatlichen Justiz. Das muss man in aller Härte sagen, sage aber nicht ich, sondern sagt Herr Prof. Volker Böhme-Nessler ist Professor für Öffentliches Recht an der Karl-von-Ossietzki-Universität in Oldenburg. Wir werden noch mehr von ihm sehen. Politisch steuerbare Rechtsanwälte sind vielmehr ein Relikt aus dem oberigkeitsstaatlichen 19. Jahrhundert. Vielleicht allerhöchste Zeit, das zu ändern. Im August 2015 war das etwas ganz Besonderes. Generalbundesstaatsanwalt Harald Range rebellierte öffentlichen gegen Bundesjustizminister damals Heiko Maas von der SPD. Ohne Vorwarnung erhob er im Fernsehen schwere Vorwürfe gegen ihn und wurde sogar sehr deutlich. Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz. Nun, was ist mit ihm geschehen? Er fühlte sich in einem konkreten Ermittlungsverfahren, er ermittelte auch gegen die NSU Beate Czeppe-Geschichte, durch das Ministerium von Maas unter Druck gesetzt und dagegen wehrte er sich, wie Figura zeigt, vehement und sehr öffentlich. Und wie kam es raus? Ja, dreimal dürft ihr raten. Wenige Stunden später war die Range-Revolte beendet. Der Minister Maas versetzte ihn in den einstweiligen Ruhestand. Das war, allerdings nicht ohne Ironie, ein deutlicher Beleg für die Abhängigkeit der Staatsanwaltschaften von der Politik. Herr Range ist mittlerweile, also im Jahr 2018, verstorben im Alter von 70 Jahren und den Folgen eines Herzinfarktes. Staatsanwälte sind grundsätzlich ja nicht aufsässig. Sie sind loyale Beamte und neigen nicht per se zur Rebellion. Aber was war da plötzlich passiert? Es ging um eine Grundsatzfrage des Rechtsstaates, die allerdings wenig im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Darf die Politik Einfluss auf die Arbeit einer Staatsanwaltschaft nehmen? Ich finde eine extrem rhetorische Frage, aber lasst mir eure Meinungen in der Kommentarspalte drinnen sein. Darf sie aus politischen Gründen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen antreiben oder fair oder gar behindern? Das ist keine juristisch-technische Glauberei und Kleinigkeit. Hier geht es um eine Grundfrage des Rechtsstaates und des Prinzip des Rechtsstaates und um das Vertrauen, und ohne das geht es nicht, der Bürger in die eigene Justiz. Die objektivste Behörde der Welt, so sehen sich Staatsanwaltschaften nicht ohne Stolz. Anders als bei Netflix oder im Fernsehen bei Tatort oder Soko, was weiss ich, sind Staatsanwälte keine Jäger, die einen Verdächtigen zur Strecke bringen wollen. Das Gesetz verpflichtet sie ausdrücklich, in einem Verfahren binär Informationen und Tatsachen zu ermitteln. Sie müssen zusammentragen, was gegen einen Verdächtigen spricht, aber auch was für ihn spricht und ihn damit eben auch entlastet. Alles andere passt nicht zum Rechtsstaat des Grundgesetzes oder einer Verfassung, der die Grundrechte seiner Bürger schützen muss, auch dann, wenn sie in das Visier der Staatsanwaltschaft geraten sind. Ob jedes Ermittlungsverfahren in der Praxis immer diesem Ideal entspricht, darf bezweifelt werden. Man könnte es neudeutsch auch «wishful thinking» nennen. Aber das ist jedenfalls der Standard, den die Verfassung fordert. Staatsanwaltschaft, das ist die Staatsmacht in direkter Aktion. In kaum einem anderen Bereich werden die Bürger so hart und existenziell mit dem Staat konfrontiert wie im Strafrecht. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert der Rechtsprechung und des Rechtsstaates. Bei der Strafverfolgung hat die Staatsanwaltschaft eine Schlüsselrolle. Sie trifft zwei grundlegende Entscheidungen, die das Strafverfahren steuern. Ganz am Anfang, wenn ein erster Verdacht aufkommt, der sich vielleicht sogar ein bisschen erhärtet, entscheiden Staatsanwälte, ob diesem Verdacht nachgegangen wird. Kommt es überhaupt zu Ermittlungen oder eben auch nicht? Diese Schlüsselfrage entscheidet die Staatsanwaltschaft. Das ist keine einfache oder banale Entscheidung. Schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens greift in Grundrechte der Bürger ein und hat nicht selten eine sehr belastende, manchmal sogar stigmatisierende Wirkung auf die Betroffenen. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen oder wollen, werden da besonders hart getroffen. Ein prominenter Politiker etwa, der mit Ermittlungen konfrontiert ist, wird nicht selten zurücktreten müssen. Zwar gilt im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht gilt jeder Verdächtige als unschuldig. Oder anders auch gesagt im Zweifel für den Angeklagten. In dubio pro reo. In der modernen Medienöffentlichkeit geht diese juristische Feinheit aber meistens total baden und damit unter. Im Gegenteil, irgendetwas bleibt immer hängen, auch wenn ein Ermittlungsverfahren zu nichts führt und eingestellt wird. Noch einschneidender ist die zweite Frage, die ebenfalls die Staatsanwaltschaft zu beantworten hat. Wird das Verfahren nach Abschluss der Ermittlungen eingestellt oder erheben die Staatsanwälte Anklage vor Gericht? Das ist natürlich noch ein weiterer Schritt und noch ein viel härterer Eingriff als bloss die Aufnahme von Ermittlungen. Die Belastungen, die eine Anklage und ein Strafprozess mit sich bringen, sind enorm. Finanziell, aber eben auch personell, also psychisch für den betroffenen angeklagten Menschen. Und selbst ein Freispruch, der sehnlichste Wunsch des Angeklagten, am Ende kann nicht alles wieder gut machen. Auch nach einem Freispruch bleiben oft Wunden oder soziale Stigmata. Ein Extrembeispiel macht das deutlich. Auch wer rechtskräftig vom Verdacht der Pädophilie oder einer Vergewaltigung zum Beispiel freigesprochen wird, ist oft für den Rest seines Lebens gezeichnet. Man hört dann Sprüche wie, wo raucht da auch ein Feuer gewesen? Und um es auf den Punkt zu bringen, die Staatsanwaltschaft hat viel Macht. Umso wichtiger ist im Rechtsstaat, dass diese staatliche Macht an Gesetz und Recht und Autonomie gebunden ist. Umso heikler ist es, dass Justizminister, also die Politik, respektive die Exekutive, Einfluss auf das Handeln der Staatsanwaltschaft haben können. Die aktuelle Rechtslage in Deutschland ist eindeutig. Justizminister haben ein Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten. Sie können nicht nur allgemein, sondern auch im konkreten Einzelfall Einfluss auf die Arbeit einer Staatsanwaltschaft nehmen. Da dreht sich wahrscheinlich Montesquieu im Grab um. Um es ganz zuzuspitzen und klar zu formulieren, das Gesetz erlaubt in Deutschland eine Strafverfolgung nach politischem Gustau. Und selbstverständlich gibt es politische Einmischungen. Es gehört zum Wesen der Politik, dass sie Einfluss nehmen will. Das ist gut so, aber nicht auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft. Politik ist der Kampf um Macht und Einfluss. Warum sollte sie aber ausgerechnet eine Möglichkeit, die ihr das Gesetz per se einräumt, nicht nutzen? In den allermeisten Fällen bekommt die Öffentlichkeit das nicht wirklich mit. Eine behördeninterne Weisung ist unauffällig. Wer fragt schon nach, ob und wie sich ein Justizminister in ein Strafverfahren eingemischt hat? Und kein Staatsanwalt redet offen darüber. Er darf es gar nicht tun. Solche Weisungen sind eben sogenannte Dietzgeheimnisse und Geheimnisse. Im Gegenteil, das gehört sich nicht. Die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften zu betonen, ist ein Textbaustein jeder justizpolitischen Sonntagsrede. Da wird etwas vorgeheuchelt, was eben nicht ist. Und es kommt Kritik aus den eigenen Reihen. Margarete Koppers, die Berliner Generalstaatsanwältin, findet das wenig glaubhaft, wie sie 2023 in einem Radiobeitrag erklärt. Denn, Zitat von ihr, dann könnten sie es, das Weisungsrecht, auch abschaffen. Was dringend nötig wäre, hänge ich an. Ganz selten werden Fälle öffentlich. Dann bekommt die Öffentlichkeit mit, was möglich ist und was in vielen anderen Fällen abläuft, ohne dass es auffällt, während es schiefläuft. Ein Anruf des Ministers beim ermittelnden Staatsanwalt ist eher selten. So plump wird Macht im modernen Staat kaum ausgeübt. Das Mittel der Wahl ist die subtile Kommunikation von Erwartungen. Wir kennen diese Sätze sogar aus den Krimis am Fernsehen. Bitte halten Sie mich über die Ermittlungen zeitnah. Ein wunderschönes Wort auf dem Laufenden. Es gibt informelle Empfehlungen oder Anregungen aus der Politik für den Staatsanwalt. Eine andere Variante sind Gespräche zwischen Ministerialbeamten und Staatsanwälten zur gemeinsamen Beratung darüber, wie in einem Fall weiterverfahren, sprich ermittelt oder angeklagt werden soll. Die ermittelnden Staatsanwälte spüren dann den Erwartungsdruck und wissen, was die Vorgesetzten und die Politik nicht nur erwarten, sondern wollen. Das heisst natürlich nicht, dass sie dem informellen Druck nachgeben müssen. Aber bitte, liebe Freunde, es sind alles nur Menschen. Als karrierebewusste Beamte werden sie das aber nicht selten tun. Wer die Erwartungen der Chefetage erfüllt, der macht letzten Endes Karriere. Hierarchien gibt es eben überall und das findet dort statt, wo es Hierarchien gibt. Weisungsgebundene Staatsanwälte, diese Idee ist durch und durch obrigkeitsstaatlich und zu verwerfen. Kein Wunder, ihre Wurzeln liegen ja auch im 19. Jahrhundert. Mitte des vorletzten Jahrhunderts wurde die Staatsanwaltschaft als neue Behörde zunächst in Preußen und dann später im Kaiserreich eingerichtet. Sie war nicht zuletzt als Gegengewicht zu den unabhängigen Gerichten gedacht. Die Richter galten damals als politisch wenig stabil und unzuverlässig. Die weisungsabhängigen Staatsanwälte sollten den Regierungen dagegen politischen Zugriff auf das Strafverfahren zusichern. Denn damalige Justizreform ging es schlicht und einfach um politische Macht. Das ist ein Gedanke, der im modernen Rechtsstaat mit seiner ganzen Komplexität nichts mehr verloren hat. Der Rechtsstaat des Grundgesetzes verlangt im 21. Jahrhundert eine unabhängige Strafrechtspflege, ohne Einflussmöglichkeiten der Regierungen. Es wird Zeit, die Tradition des 19. Jahrhunderts abzuschütteln. Das gilt umso mehr, als über einer politisierten, justiz- und weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft ein dunkler, dunkler, dunkler und grosser Schatten liegt. In Diktaturen und autoritären Staaten ist die Justiz immer durch und durch politisiert. Weder Richter noch Staatsanwälte sind dort unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie sind wichtige Rädchen im staatlichen Repressions- und Kontroll. Nicht selten sind dabei die politisch gestörten Staatsanwälte die Speerspitze der Diktatur. Extreme Beispiele dafür sind sicher der ehemalige Nationalsozialismus, die ehemalige Sowjetunion, aber auch die DDR kannte keine unabhängige Justiz, dafür aber extrem politisierte Staatsanwälte. Damit kein Missverständnis entsteht, natürlich ist Deutschland, Klammer auf, noch, Klammer zu, keine Diktatur, können wir einen Abend lang durchdiskutieren. Und deutsche Staatsanwälte sind selbstverständlich keine Instrumente der Repression. Aber die Geschichte zeigt, wie extrem Staatsanwaltschaften durch Machtpolitik missbraucht werden können. Und sie macht deutlich, wie weit die Idee einer Staatsanwaltschaft, die an politische Weisungen gebunden ist, von freiheitlichem Rechtsstaatdenken sich entfernt. Und Beispiele haben wir in diese Richtung natürlich amass frei Haus bekommen in den Jahren 2020 bis, sagen wir, Ende 2022, 2023 und teilweise sogar noch fortbestehend. Staatsanwälte, meine Damen und Herren, können Helden sein. Das sind sie vor allem dann, wenn sie unerschrocken und unparteiisch gegen korrupte Politiker und mafiöse Strukturen ermitteln. Unerschrocken muss man schon fast ergänzen, todesmutig. Nehmen wir das Beispiel von Giovanni Falcone und Paolo Borsalino, die unerschrockenen Staatsanwälte, die der Mafia den Kampf angesagt haben und mit ihrem Leben büsten. Es waren unabhängige Staatsanwälte und Richter, die 1992 unter dem Namen Mani Pulite, also saubere Hände, einen massiven Korruptionsskandal aufdeckten, der bis in höchste politische italienische Kreise reichte und die italienische Politik wie ein Erdbeben erschütterte. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne die Unabhängigkeit, die die italienische Verfassung nicht nur den Richtern, sondern auch den Staatsanwälten garantiert. Die italienische Verfassung ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, also nach dem Ende von Mussolinis Faschismus. Sie wollte ganz bewusst mit der faschistischen Tradition der politischen Justiz, und das ist es natürlich, das ist eine faschistisch-totalitäre Tradition, dass die Politik die Justiz infiltriert, manipuliert, korrumpiert und kontrolliert brechen. Ob die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft in Deutschland in der Lage wäre, in einem solchen Ausmass die Korruption zu bekämpfen, das darf bezweifelt werden. Nun, ich habe Ihnen schon anfangs gesagt, Professor Volker Böhme-Nessler hat im Cicero Ausgabe 2 in diesem Jahr einen Artikel geschrieben, der heisst «Strafverfolgung nach politischem Gusto», also das ist ja unser Thema seit etwa 20 Minuten, und er sagt Folgendes, «Geht Rechtsstaat überhaupt, wenn Politiker die Arbeit der Staatsanwaltschaften behindern können? Was ist der Rechtsstaat überhaupt wert, wenn nicht alle gleich behandelt werden? Für den Rechtsstaat sind das existenzielle Fragen, und tödliche Zweifel. Eine grundlegende Änderung der Rechtslage ist deshalb überfällig.» Und ich fahre fort mit seinem Zitat, «Wir brauchen Staatsanwaltschaften, die von Weisungen der Politik unabhängig sind. Den Justizministern den Zugriff auf die Staatsanwaltschaften zu nehmen, das würde viel für das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat tun. Und ohne das Vertrauen funktioniert der Rechtsstaat nicht.» Soweit also Volker Böhme Nessler, Professor für öffentliches Recht an der Karl-von-Ossietzki-Universität zu Oldenburg. Und ich denke, mit diesen Worten wären wir ja dann auch wieder, und jetzt schriess sich der Kreis, und ich komme zum Ende, «De l'Esprit de l'Oie» von Montesquieu, der gesagt hat, «Strikte Tennung der Staatsgewalten, Legislative, Judikative und Exekutive.» Damals waren die Medien noch nicht so in dieser dominanten Rolle. Zwar hat Napoleon im gleichen Jahrhundert gesagt, «Ich fürchte drei Journalisten mehr als tausend Bayonette.» Aber hier müsste man ja noch die vierte Gewalt, nämlich die Medien, die Presse, dazu fügen. Nicht im Sinne Montesquieu primär, aber als zeitgemäße Weiterentwicklung der Gewaltentrennung. Nur, das ist ja noch schlimmer, als der Justizminister, der auf die Staatsanwaltschaft zugreift. Ich meine, die Medien, die gehen ja mit allen dreien mittlerweile ins Bett und sind nicht mehr autonom, nicht mehr eigenständig und haben ihre Kontrollfunktion nach dem Motto, «Haut den Bossen auch auf die Flossen» komplett an der Garderobe abgegeben. Ja, meine Damen und Herren, was bleibt uns anders übrig zu sagen, als Amandla Avetu alle Macht dem Souverän und nicht den Justizministern alle Macht der Gewaltentreilung und ihren drei Instanzen, in der Hoffnung, dass es Besserung gibt bei den Medien. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und damit wären wir am Ende dieses Videos. Schön, liebe Freunde, dass ihr bei uns gewesen seid. Ich hoffe, dieser etwas verlängerte Exkurs ins Recht, ohne dass ich Jurist bin. Aber das ist, glaube ich, nicht so schwierig, das zu recherchieren. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das wieder mal sagt, dass man das wieder mal auf den Punkt bringt. Zurück zur Banalität. Das ist doch wichtig, dass wir wieder Boden unter den Füssen bekommen. Was passiert eigentlich? Und mein Sohn wurde mit 15 aus dem Klassenzimmer geführt von der Obrigkeit, weil er einen Transformator-Kasten, das ist ja per se noch nicht Richard Serra Landart. Das ist nichts besonders Schönes. Er hat das besprayt und ja, er musste dann Sozialarbeit leisten. Das kann ich alles unterschreiben. Aber muss man wegen so etwas einen 15-Jährigen aus dem Klassenzimmer rausführen? Gut, das war noch ganz am Ende des letzten Jahrhunderts. Aber wie gesagt, offenbar verschärft sich das noch mehr. Und ein Video mit Schlümpfen, die vielleicht für die AfD singen und sich zur Heimat bekennen, mit Helly Hansen-Kleitern, dass man da abgeführt wird. Naja, ich verstehe das nicht. Umso mehr in der Schweiz gab es ja mal diese unschöne Redensart, aber durchaus auch amüsant, dass man gesagt hat, ja, was ist, was findet man, wenn ein Bauer in seinem Auto verbrennt? Ja, da hiess es, ein Helly Hansen-Reisverschluss und einen Subaru-Schlüssel. Also mein Gott, Ha-Ha auf der Kleidung ist vielleicht schon schlimmer, als wenn man Ha-Ha auf dem Autokennzeichnen hat. Und das sage ich als grosser Fan der Hansestadt Hamburg. Ich fand die grossartig, die Stadt bis im August 2020, als der hanseatisch zurückhaltende, schroffe Charme in einen koronaren Wahnsinn drehte und wo man sogar auf den offenen Bussen oben bei 35 Grad, wir waren mit ein paar Freunden dort im August, die Maske tragen musste, weil der obere, offene, freie Dach, diese offenen Doppeldecker eben zu den Hamburger Verkehrsbetrieben gehörten und in den Hamburger Verkehrsbetrieben, da herrschte eben Maskenpflicht. Aber Hamburg ist toll und Ha-Ha ist, ja, eine schöne Autonome. Stolz für alle, die dieses Kennzeichen haben. Ich bin stolz, dass ich mich hier durchgerungen und durchgeboxt habe und sage, mein Name ist Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben wollen und die, Entschuldigung, die es werden möchten. Ich sage, Saludos a todos, Salizame. Man sieht sich, morgen ist Mittwoch und da gibt es Mittwochskommentar auf Rumble und ein Video auf YouTube. Also ihr seht, wir geben alles. Geht natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Crew und in diesem Sinne, danke, dass ihr bei uns seid. Bleibt uns gewogen, unterstützt uns. Ihr seht, wir lassen nicht locker. Salizame. .